Video! Coole Sache, ne? Oh, warte! Oh, warte! Labello! Ich hörte Faces! Erdbeer! Erdbeer! Erzähl mal das! Also, ha, zu! Das ist das übelste Scheiß, das heute passiert ist! Panna? Schule! Ich sag nichts! Also! Unsere Lehrerin kommt rein, so eine Freundin von uns trägt! Sie hat sie jetzt als Erdrehtung! Sie sagt ja! Panna sagt so, oh Scheiße, das hat mir jetzt auch noch gefehlt! Haha! Sie sagt, geh raus, Panna geht raus, knallt die Tür zu! Bäm! Bäm! Später, irgendwann, so nach neuseinhalb Stunden, geht sie ähm geht sie raus, redet mit Panna, sie sagt, ja, du solltest mehr Respekt von mir haben, bla bla bla! Panna sagt dann... Panna sagt dann... Wir leben hier Fische drin! Wenn sie Respekt von mir wollen, dann will ich Respekt von Ihnen und so! Nachher lang, ne? Aber dann hat auch angefangen, auf mich zu heulen! Und dann... Hahaha! Die Wahrheit! Ne, Unwahrheit! Ne? Unwahrheit! Ich bin Türkin Aldo! Und dann... hat... ist viel reingegangen wieder ins Kletzl, und hat einen Wuternfall bekommen, hat meinen Block genommen, und auf den Boden geschmissen, sodass alle meine Blätter kaputt gegangen sind! Egal, auf jeden Fall muss ich mir in dem Moment das Nachts verkneifen! Weil das echt übel war! Panna ist rausgerannt, schreit noch irgendwas zu Frau Schiviola, rennt raus, knallt die Tür zu, sodass die Tür auf und zu geht wieder! Ja, die war zu, und dann ist sie wieder aufgesprungen! Tja, Schlampe! Und dann... ist sie auf den Hof gerannt! Ich frag zu Frau Schiviola, hier dürfen, darf ich mit? Nein! Bleib doch nicht, du musst alleine sein! Ich so, gerade in solche Situation braucht sie doch jemanden! Nein! Ich so, was wollen sie mir erzählen? Ich kenn das Mädchen seit 9 Jahren, und sie werden mir erzählen, die will alleine sein jetzt! Sie setzt sich nicht, klingt so jetzt nicht, aber... Alle drei Mädchen rennen runter, wir sind noch nie in unser Leben so schnell die Treppen runtergerannt! Wir suchen Panna außerhalb der Stuhle, Mädchen Toilette, und wo sehen wir sie? Am Pausenhof, da sitzen ganz alleine! Das war echt übel! Nichts mehr normal! Aber ja! Und heute sind wir so blöd! Und kommen zum Neckar, weil wir nichts besseres zu tun haben, anstatt über Ali und Alex und Axel und überall... Und Andrea und Jati! Muss, muss! Ach, Mann! Wer denn Maus steht noch da? Wer war denn? Ja, Mann! Ich rieche durch! Ich schulde auf Facebook, okay? Mein Gott! Ich rieche auf die Seite! Das nennt man Necker! Necker von Jacko! Necker! Necker! Warte, ich kann mich im Blick, warte, ich kann mich im Blick, warte, warte! Warte! Okay, chill, chill, chill! Ich habe eh nichts mit dem zu tun! Ich weiß gar nicht, dass hier Fische leben! und er hat man zu tun wenn ihr da seht unsere Chips so ganz cool oh mein Gott mal lager die leckte ihre Kamera ab Oh man, guck mal, wer läuft mal oben. Ein Kästchen am Kristoff, na komm schon. Fein. Wollen wir noch? Ähm, ähm, warte, warte, warte. Ähm, left dairy.